ich spiele für mich auf der kleinsten violine der welt ich weiß nicht was mit der los ist ja so ein mini fetisch es ist mit dem kom los der ist voll hart drauf oder weiß dass seine versteckte box wäre das ja auch gemein gewesen ich hoffe ich komme auf rot und mache ich alle platt vibrations in your hands and your pants sind deine arme jetzt gerade rausgerissen was von das ja ich hab zu ok ich möchte gerne zu violett das ist pink violett und kostet 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 ich habe zweimal gewonnen ich habe das erste mal gewonnen oder nicht ja ja sicher der mumu ist jetzt eigentlich mal dran langsam nein nein ist das euer fucking ernst ist das euer scheiß ernst schlag ein kollege ja mal dieser kleine lücher seite gibt noch einen block mit so einem scheiß sterne es gibt immer drei ernst ne los daisy oh meinst das schaffst du ja das minster zu machen ob wir fernst du machen jetzt klar war gerade super und scheiß das scheiß egal der wochenende casino ja ich muss höher wirken als er die schwarze einfach wow zehn münzen wirst du ja das hat nicht gereicht was ich vor hatte ich weiß ja ich höre was anderes vielleicht kriegst du noch einen mini pilz ich hoffe ansonsten klappt mein plan nicht gesundheit er macht gerade ja er macht jetzt gerade das fenster zu gut dass du es noch mal laut betont man hat es in der aufnahme wahrscheinlich nicht gehört oh ganz neue mini spieler oh nein nicht die schneemannbrigade umo freust du dich auf die schneemannbrigade ja schönes wort ne schneemannbrigade renne über das eis um den schneemann auszuweichen bewegen ist das nicht irgendwie so ein bisschen die bestehen selbst aus schnee die werfen mit ihrem eigenen körper scheiße das ist irgendwie voll asozial wir haben menschen opfer die haben schnee opfer ja bho 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 das und muss raus sehr gut so gott ein schneeball das todes des todes der mit genauer truppe ist oder vorne du passt nicht ins eis der affe ist zu fett die vierte runde oder so alle haben stern aus euch das ist schon wieder selber schuld selber schuld er ist nicht auslachen als ich wieder auf grün komme dann ja er hat auch gelacht ja und ihm gönne ich das ein bisschen da bin ich drauf schmallerei gut so die mit gewinnen betten wir ja doch goldene die macht gold weiß gold weiß ja schwarz-blau nein fanget sich mit der scheiße oder rosa gold quiesch nein mach mich nicht traurig wieso schon wieder eine box in einer runde kriegte beide eine box das ist doch irgendwo asozial oder vor allem stehe an machen wir nur drei rum mehr und drei schicksalsfeld ich will gleich nur eins kriegst du nicht doch nein ich habe mini pils ja und er ist nicht langsam ja und knapp man dafür dass seine fünf keine boxen hatten aber wenn vier war ganz schön viele so um das naja unendlich fache die in der einseitiert hat die kommt bei den Gold ein Gold ah danke und er sich nach Dashi ich hab da kein Glück ich bin ganz hinten weiß doch gar nicht wo ihr schlissen kann doch nach der spielreihenfolge gesundheit 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 bell nicht da hinten siehst du wie war das mit a springen springen bewerten peter das ist irgendwie witz halt oder so ein punkt ist das dein fucking ernst das soll man doch sagen dieses spiel ist fair das ist kein stück nein das ist total wenn du außen stehst hast du gewonnen und nur frage wer dann besser wirft ist ja die musik nein ich will sie grauen ein punkt ja ja das ist nicht gemein entweder gewinnt und man verliert ja hart wenn er zehn würfeln das braucht gar nicht würfeln doch so ist das was ich wollte ist nur ganz 1 bis 10 aber freunde 20 bei dir das ist wie normaler würfel aber auch noch 20 bei nachquatsch ist ja nun was sagst du weiß ich nicht ich kann mal auf eine 6 ach ja komm erst auf die innen streichen ja super damit das grauen schöner ist wenn es vorher weh getan hat ist das grauen viel angenehmer zauberlampe ist das dein ernst fuck you du schaust halt im monitor jahre voll verzögert natürlich wieder zum stern und wieder auf den stern haben das ist auch so ein bisschen wenn eine 5 ich würde ich heute schon setzen naja ich gebe mir geld für auch schon wieder grün das ist nicht witzig wie oft zu lachen das ist witzig schade das ist auch witzig erst mal würfeln so sehen da war das was ich als gesehen nein da war das ist keine nein da war nur 20 bei dir nicht bei ihm schon das war die verarschung club das ist das mini spiel machen können wenn du keine pilz hat ist nein das kannst du auch so machen boah hast du größer chance hinzukommen ja aber das war nein ja merke dir welches essen in welcher schachtel steckt finde das zweiteilige menü das tot auswählt bewegen schachtel öffnen das heißt david wünscht sich jetzt was zu essen die frau die frauen in der küche nach gegen einen affen und ein deppel kann es auch nur pommes garnieren alles dachte ich auch nicht ja klar ja daneben daneben einfach sehen spiel oder keine ahnung keine ahnung wo da ist es aber eins fuck you mumu stand richtig ja ja weißt du das guckst du auf mich weil das gleich ist beide tische wirklich fuck you echt jetzt ja die sind beide gleich das scheiße da kommen wir beim anderen abschauen von drei naja abschauen bringt nicht so in der eine stunde punkte und holter brauchst du auch nicht mehr wissen wo es ist doch klar was macht die ich verstehe es echt nicht was bei der falsches im kopf wahrscheinlich zu lampenfieger lampenfieger wegen alles klein und so im gegensatz zu dir hat sie einen stern neben dem dem gegen satt zu dir habe ich heute schon mal gewonnen Im Gegensatz zu dir, aber ich hatte noch nicht letzter. Doch, natürlich. Wann? Bei 6 oder 5 warst du letzter. War ich bei 5 gerade letzter? Doch, bei 6. Stimmt. Weil Gebirge seine zwei Sterne gekriegt hat. Dank wem? Nicht dank mir. Ich glaube wegen David war das. Das, was man überhaupt sehen kann, ist, dass ich entweder aus Miracle-Feld komme oder dass ich dahinter auf das kleine Feld komme. Miracle. Das ist gut. Reicht nicht. Ich will aber nicht dahin. Leider ist ein zu kurz, aber ich will auch das Feld dahinter. Ich will das Casino. Zumindest will ich aus dem Scheiß Gebiet raus. Ich hätte mal ne Runde. 15 Runden. Ich kam nie aus dem Grünfeldhaus. Wobei doch. Aber ich kam nie an die Gummers vorbei. Oh. Nein. Mein Stern. Was? Fuck. Wir müssen ja, ey. Nein! Pfff. Was brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich brauche ne 8. Dann haben wir direkt ein Minispieler nach. Ein Job. Oh man. Das finde ich gut. Also ich muss sagen, eine bestimmte Anzahl an Münzen wäre nicht scheiße. Ja. Ich würde sagen 50 Sterne oder? 50 Sterne oder? 50 Sterne oder? 50 Münzen wäre gar nicht scheiße jetzt als Minispiel. Du hast mich provoziert, Momo. Du bist selbst schuld. Du bist sowas von selbst schuld. drawing. Ah, ay proof. Ha, 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 ha. Mehr als 10. Boah! Ich sage, ist in Ordnung. Ja, wir sind die einzigen beiden, die das überhaupt reingegeben haben. großartig ich hab nur neumünzen egal ich darf aussuchen was war das reaktionsspiel es vibriert und dann musst du doch angel raus ist das der fisch ja gerade hatte einfach nur aus den chip einholen dabei hatte bei diesem spiel gewinnt der spieler der seinen tipps schnelle einholt einfach nur wenn ein kontroller vibriert a drücken sofort das ist natürlich scheiße bei der reaktionszeit er hat energy getrunken er schafft das ich hoffe ich hoffe nicht meine ich ja ich hab wenigstens zweiter ist noch gut münzen die dritte platz oder so vielleicht nicht auf der dritte kriegt erst mal gar nichts das ist immer so bitter das ist kacke das ist so unverdient wow ich muss sagen ich mag meine cool einsteller einwitzig so nein gold gold wie war das wegen sprinten schluss richtung schluss halten das sind einfach oder vielleicht da schießt wohin ich ins tor nein welche richtung links rechts ist doch egal ein bisschen ich habe viel zu dick dieses scheiß klein was ich trägt ne ich hab zwei tor drei ture insgesamt ich hab zwei gebrauchen sie ich hab zwei gemacht ich hab eins gemacht ich hab gesagt wohin schießen wir ja das macht auch keinen großen sinn sich abzusprechen weil sich ja einfach nur schießen bei einem so aufhalten wenn wir sprechen dann wird dann für die krippe verarschen